Hey Leutchens, willkommen zurück. Mein Name ist Koji, wir befinden uns in unserem Lager und was was will er hier eigentlich? Bestimmt irgendwie jagen gehen wir hier, guck mal. Wollen wir machen? Ach komm. Die Pläne, ich glaube. Ich habe ein paar lange weit weg. Oh, gut. Willst du mit mir kommen? Ich zeige dir, wie wir ihn holen. Klar, findest du. Auf geht's, dann. Los geht's. Du weißt, es war vor meiner Zeit, natürlich. Aber meine Mutter hat mir die Geschichte erzählen, wie eine Tribe mit den Bison gehalten hat. Sie lebten fast als eine. Und der Bison ging, meine Leute ging. Nehmen wir kurz mal noch ein, zwei Waffen. Und die Wogen mit. Wir konnten nicht ohne ihn leben leben. Er hat uns mit alles gegeben. Food, Kleine, Herb, Herb, Herb. Es war viel Respekt. Hm. Ich weiß nicht viel von meiner Kindheit, aber ich denke, meine Leute, wir haben quasi mit dem Whisky gehalten. Na, mein Vater auch gemacht. So, woher sind wir? zurück nach den Heartlands. Okay. Es fühlt sich, dass es so viel Geräusch und Chaos gab. Wenn wir einfach mal fahren und Spaß haben. Ich muss meine Gedanken machen. Sure, gut, mit mir. Was ist denn das für Geräusch? Ich weiß nicht, ob da gerade irgendwas stirbt. Was ist denn das für Geräusch? Ich weiß nicht, ob da gerade irgendwas stirbt. Ich weiß nicht, ob die Schmerz hat einen Daumen hochschlbschen. Ich weiß nicht, ob da gerade etwas Video damit liegt. Ich konnte nicht mehr um ihn mit ruhig oder Kösem. Ich dachte, mich ein능ser, gut, nicht mehr oder mit действительноem einen Daumen hochschlusschen. Ich kann dich mal auf den Daumen hochschlusschen. Ich kann mich jetzt auch mal auf den Daumen hochschlusschen. Das ist ja gut. war auf eine Diemülle großartig, Der Daumen hochschluss. Die Daumen hochschlusschen kann. Go! Die Daumen hochschlusschlafen werden Anything hochschlusschen questão, So, dann krieg ich ja wieder Kopfgeld. 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 Okay? So clean as you can. Okay? Okay. Ähm, macht er es mit mir hier? So nehmen beide Pfeile und Bogen. Das sieht nämlich aus als Abstand. Oh, kommt er jetzt wieder her? Oh, ich dachte schon. Oh, halt. Oh, halt. Ich muss ja kurz das Pferd wegpacken. So, Pferd weggepackt. Warte, wir sammeln nochmal drei, vier Bären ein. Nicht Bären einsammeln? Okay, dann sammeln wir jetzt keine Bären ein. Na? Macht er was? Warum geht's nicht? Ich will nicht aufs Pferd steigen, ich will das dick häuten. Zeig mir Wison. Ui, das war jetzt eine schwere Geburt. Oh, was mach ich damit? Ach so, verstauen? Okay. Let's go. Oh, pal. Where are we going? I thought I saw some scavenger birds over here. I just wanted to see what attracted them. Oh, das ist auch erst tot, oder? Quatsch, ich will sie bitte in diese Richtung. Ich sage, wir mit ihnen. Okay. Wege nach Bremen. Oh, was ich sagen? Could das nicht mal ein Zeug? Nein, sie haben geschossen. Ich weiß, warum jemand die Leute hier so sch sagen. Not like that. Look, another dead bison to our left there. Come on. Shot and left for dead again. But this one looks fresher. There's a camp there. I'm gonna take a look. What a damn waste. Let's see what we can find. Alkohol? What is that now? Alkohol? 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 A few days since they left? Bison's been dead about the same amount of time. So what do you want to do? They could still be in the area. Let's get up higher. See if we spot anything. Na? Achso, darin reiten wir. We should have a good view from up here. Okay. You see anything? Wir hatten hier irgendwo ein Fernglas. Arthur, look. Smoke to the north. Could be another camp. Let's go check it out. Ich dachte schon die Pfeile wieder. Bastards. Just killing for fun. Think we can talk? I don't kill for fun. I kill when I need to. Halt. Look, more dead Bison. It has to be them. Come on. Wait up. Yeah. Schnappen wir sie. Pferd. Did you fools shoot those Bison? What's your problem? I said, did you fools shoot those Bison? Calm down, you black or red bastard. Whatever the fuck you are. Did you shoot them? Yes, we did. We shot them Bison. We'll shoot you too if you don't get it. What business is it of yours? What we... What's your problem? Okay. Good God, you crazy. I got a family. A family. Don't shoot me. Stand back, Charles. I'll get you some answers. What the hell are you doing? Why are you killing those Bison and leaving them in a rut? I don't know what you're talking about. Okay. Okay. No more. Okay. We were paid to kill as many as we could and make it look like it was Indians. Just kill him, Arthur. No. Please. Don't kill me. I'm begging you. Don't kill you. I'm going to kill you. You're going to kill you. All right. Now get out of here. Oh, just... Just... Don't shoot me, Mr. I got a family. Then run away. Why did you do that? He didn't need to die. Maybe he'll go tell his friends now what happens to the Poacher. Habe ich jetzt zwei, ja? Ah, cool, sehen die gleich aus. Was will ich jetzt machen hier? Ich habe gerade den Überblick verloren. Lass uns doch mal hier plündern. Das nehmen wir natürlich. Lesen wir. Okay, das war's. Das nehmen wir auch mit. Brauchen die ja nicht mehr. Achso, haben wir schon alles voll? Brauchen herstellen. Brotkante. Kautama passt auch nicht mehr rein. Schön, da müssen wir verkaufen. Können wir keine weitere Gegenstände übertragen. So, wir können mal ganz kurz schauen. Ich glaube, hier ist das hier in der Nähe. Wir sind hier in der Nähe. alle grüßen und jeden da wird immer eine seite so ein kleiner weise scherter verzeugt oder cowboy aber wir sind ja auch hier ist der sheriff aber scherr auch so ein kürzchen früher vielleicht nicht das aber ein anderes ich habe Ich mache mich ein bisschen schneller, um halt mal irgendwann mal an den Ziel anzukommen. Ist es schon hier vorne? Ja, ist es. Weiß ich, guck mal, wie geht es oben? Genau, da ist er. Ja, jagen wir ins Vögel. Oh, da fahre ich runter. Mr. Morgan, du willst dich vorsichtig hier? Die Lande ist wirklich schrecklich. Natürlich. Schrecklich schrecklich. Ich bin hier vorhin. Hast du? Ja. Es ist lustig, wie sich die Dinge aussehen, nicht so wie du erwähntest, ist es? Nein, ich glaube nicht, es ist. Was hast du schrecklich? Egel. Du wißt du, die Bilder, sie sind wirklich schön. Alles dank dir. Ich wäre ein paar Schmerzen, ein Schmerzen, ein Schmerzen, aber für dich. Das ist mein Schmerz. Bitte, bitte, schau dir aus der Flügel. Ich versuche einen Schmerzen, da sind sie. Ja, sie sind schön, aber wie du, sie können fliegen. Sehr gut. Du musst wirklich denken, dass ich ein Schmerzen, nicht wahr? Du denkst, dass ich so ein Schmerzen, dass ich einfach aus dem Flügel zerbreche? Nein, aber vielleicht ein bisschen. Bitte, ich bin dick, aber nicht so dick. Diese Bereich ist ziemlich sicher. Ganz, ganz, ganz. Oh, oh! Damn! Damn! Du bist gut. Ich bin so zu vieles Schmerzen. Gib mir Hand, bitte. Dugrat mir mir aus meiner trau. Kommt hier. Oh, 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 oh! Oh, 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 thank you. Oh, das war's vor. Jetzt trennen wir uns vor. Naja, vielleicht sehen wir noch mal wieder. Oh, wir gucken mal ganz kurz. Jetzt drücken wir die Taste rein, doch irgendwo sehe ich immer da die Zigarettenbilder. Sehr, sehr ungünstig. Na gut, dann reiten wir zurück zum Lager, um uns dann schon mal für das nächste vorzubereiten. Ich würde das ja verkaufen, aber die mögen mich da gerade nicht. Oder uns gerade nicht, deswegen lassen wir das schön bleiben. Machen wir uns nach hier. Verkaufen wir das noch kurz und reiten dann heim. Oh, ich würde irgendwas davor reiten. Oh, was ist hier? Okay, Rote, wir machen hier an dieser Stelle Schluss und gucken, was sich hier versteckt. Genau. Kopfgehalt, fremde Personen. Mal schauen, was das wird. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dürft ihr gerne zeigen, wie ihr es kommentiert. Abonniert und ganz viele Teufel hinterlasst. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.